Nicht mehr lange, Iskralia. Ja. Frag mich, wie es dort wohl aussieht. Sicher ist die Stadt voller sicher. Kannst kaum erwarten. Sobald wir in der Stadt sind, suchen wir einen Weg zur Festung. Festung? Segnautus. Eine riesige Militäranlage über der Stadt. Dann müssen da der Kristall und Promptor sein. Wir brauchen eine Strategie. Ob es wahr ist, dass man die Sicher mit dem Kristall endgültig vernichten kann? Auch wenn wir noch keinen Beweis haben, ist es nicht auszuschließen. Je länger die Nächte wurden, desto mehr Sicher konnten wir auf Eos beobachten. Wenn sie das Licht des Kristalls scheuen, könnten wir mit ihm vielleicht nicht nur Luzis, sondern die ganze Welt retten. Na dann, holen wir uns den Kristall zurück. Ja. Was zum... Was ist passiert? Nicht sicher. Riecht nach Ärger. Hm. Schon wieder ein unplanmäßiger Stopp. Und das in dem Tunnel. Die vorderen Waggons. Okay. Na. Sicher. Guck dir da, ich spiele uns. Los. Los, greifen wir. Was ist los? Ich kann keine Waffen beschwören. Äh? Los, Schmeiß. Ist denn da kaputt? Arten hat dir die Fähigkeit genommen, Waffen zu beschwören. Ohne Waffen seid ihr den Sichern ausgeliefert. Flieh zum Frachtwagen und nutzt den Regalier zur Flucht. Momentan kann Umbra nicht gerufen werden. Äh. Äh. Wo muss ich denn hin? Ach, da raus. Könnte ich überhaupt Umbra rufen? Ohne Waffen sind wir ihnen ausgeliefert. Wir müssen fliehen. Die haben doch Waffen. Wir nehmen den Regalier. Schnell. Ja doch. Wir müssen zum Frachtwaggon. Los, schneller. Na, schaffen wir schon. Hoppala. Und Abflug. Festhalten. Gut. Fahr los. Achtung. Sicherheitsstufe 4 aktiviert. Sämtliche Zugänge nach Gralea werden versiegelt. Graleas Abwehrsystem wurde aktiviert. Die Stadttore werden versiegelt. Du musst es innerhalb der Zeit schaffen. Bla bla bla. Okay. Immer weiter. Nicht bremsen. Das weiß ich selbst. Fahr nirgendwo gegen. Das weiß ich selbst. Wo fahren wir lang? Wir sind in einem Tunnel. Auf den Schienen. Halt bloß nicht an. Sonst kriegen sie uns. So viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Ganz ruhig noch dies. Breschen wir mal schnell da durch und gut ist. Alles voller Schrott in dem Tunnel hier. Was war das? Die wollen uns voll in die Luft jagen. Schaut fast so aus. Die schießen auf uns. Was passiert wenn wir getroffen werden? Der Wagen gehörte dem König. So leicht kriegen sie ihn nicht kaputt. Weicht den Schüssen aus. Nockt. Der Legaliate hält einiges aus. Konzentrier dich aufs Fahren. Verdammt. Lass uns nicht hängen. Jetzt ist er hinüber. Mein schöner Regal. Weiter geht's nicht. Weit genug. Mein schöner, schöner Regal hier. Die letzten Blicke darauf wahrscheinlich. Die letzten Blicke darauf ist, Ja, ein bisschen kaputt. Ja, gut, dann haben wir jetzt ohne Auto. Jetzt marschieren wir hier mit leeren Händen ein. Und ohne Gewissheit, ob der Kristall tatsächlich die Secher zurückschlagen kann. Leider haben wir keine andere Wahl. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ja. Die Waggons fallen bestimmt gleich in sich zusammen. Kommt weiter. Hier geht es raus. Uh. Auch noch abgeschnitten. Ignis! Gladio! Wem möchtest du folgen? Noctis, Schwierigkeit, Gladio und Ignis. Na, Noctis. Ja. In Söldner-Bereitschaftslagern kannst du deine Rude ändern. Die Rude von Gladio und Ignis ist weniger beschwerlich als Noctis-Rude. Naja, schon, aber... Und ich kann ja immer noch nicht kämpfen, wa? Ich bin Noctis schon die ganze Zeit, also spiele ich auch Noctis. Du verdammter Bastard! Hörst aus meinem Kopf, du kranker Dreckskerl! Sicher! So ein Mist! Bleibt mir vom Hals, verdammt! Schöner Schlamassel! Äh, Mist. Falsche Seite rausgehüpft, oder? Ach, teleportieren geht auch nicht. Okay. Okay. Der Ring. Ja, schafft es. Der eine Ring. Okay. Jetzt ist er wirklich König. Ich bin bereit. Ringmagie. Der Ring der Luzis befähigt den Einsatz von Magie. Mit Tod können Gegner aus der Distanz angegriffen werden. Beim Siegen über Gegner regenerieren sich der Zauber zu dem Lebensbombe. Ich bin hier reingekommen. Okay. Jetzt kann ich die quasi vernichten, diese... ...kleinen Würmer. Das scheint eine Verbindung zur Festung zu sein. Wie komme ich da bloß hin? Hä? Zu Fuß? Erstmal einschalten. Benutze Schalter, um Türen und Fahrstühle zu aktivieren. Okay. Schaltkreis B. Geht nicht auf. Schaltkreis B. Nicht aufgeben, Noct. Welchen Schaltkreis habe ich jetzt aktiviert? Oh, du bist tot. Nee. Da ist eine Tür. Kommst du jetzt da nicht drüber oder was? Na. Los. Ach, klasse. Pieps. Nichts zu looten. Einen Räumchen. Und wieder ein Schalter. Lass mich raten, das ist Schaltkreis B. Ah, jetzt müssen wir den Weg wieder zurücklatschen. Matsch. Matsch. Der Ring ist schon echt böse. Ja, ich hoffe, den kann ich dann weiterhin auch behalten und nutzen. Nicht nur jetzt hier in dem Part. Weil gegen einen einzelnen Gegner hat er eigentlich keine Chance. Da geht es irgendwo hin. Da geht es irgendwo hin. Da brauchen wir jetzt Schaltkreis C oder was? Nein. Nein. In Gralea und der Zingnatus Festung kannst du nur in Soldatenstuben und Söldner Dingsbums rasten. Route wechseln. Nein. 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 Weiter geht es. mon laufentür laufentür alterna ring magie ein arcana zaubert der gesamte mp verbraucht um alle gegner ins nichts wie geht das mit diesen komm du stirbst jetzt du auch war ich dadurch immer weniger lebensenergie maximum laser sensor was will ich denn damit mega phoenix muss ich jetzt den ganzen weg wieder zurück da unten hatten wir noch einen weg mal schauen vielleicht war der weg wieder hier nur für loot wer nicht das erste mal die richtung hier schaut besser aus schalter haben wir einfach mal da ein bisschen drauf rum wo war denn das jetzt frei licht freisetzt das den gegner verletzt perfektes ausweichen unmittelbar vor dem da muss ich doch da hinten rum wurschen doch hier wohl schon war hatte ich die tür gar nicht gesehen oder war die gar nicht hat die noch nicht geleuchtet eisenklumpen sich den damit verlassen kein wunder dass ich mit mir selbst rede nein du redest mit mir bzw mit uns sammler münze und abfahrt man 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 ich sehe halt gerade nichts das ja 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 Komm, verreckt, du blödes Mistvieh. So, Drecksviecher, ihr Elenden. Oh ja, ganz deiner Meinung. Ah, 0, 0, 0. Seid doch froh. Warum kann ich mich hier verstecken? Ah. Ahnst du, was als nächstes kommt? Viecher. Eine Menge Viecher. Noch mehr Viecher. Ah, da steht er wieder. Die Arschkrampe. Unprogrammierte MI laufen festgelegte Runden ab. Wenn sie dich entdecken, ist dein Kampf unausweichlich, also Vorsicht. Deswegen verstecken. Verstecke dich in Ritzen und hinter Vorsprüngen, um Kämpfe zu vermeiden. Kampf kannst du keine Türen öffnen oder Mechanismen bedienen. Entferne dich um... Äh. Bleibt sie nur noch weglaufen. Schnell! Ne. Vernichten. Ist die Magie der Luzis etwa so jämmerlich? Ich vernichte diese Mistdinge einfach. Mit Drillschaft, ja, aber bringt mir alles nichts mehr. Ich glaube, das geht auch so ziemlich hart aufs Ende zu, mittlerweile. Na. Schock. Ja, schaut so aus. Da ist bestimmt wieder einer dahinter. Brauchen wir erst wieder eine ID-Karte. Was ist denn mit euch kaputt? Hm. Hm. Kommt der hier vorbei? Ja, schaut mir eklig aus. Kommt rein um. Dass ich durch die Tür kann. Los, hau ab. Drei. Zwei. Geht doch. So, und durch. Es geht wirklich großartig voran, oder? Was ist da wieder dahinter? Ich hätte eher mit irgendwelchen Gefiech gerade gerechnet. A01. Okay. Alle tot, alle kaputt. Was ist denn mit dem Typen kaputt, ey? Er ist bloß nicht verlaufen. Finales Elixier, das können wir gut gebrauchen. Blödes Ding, du blödes. Romto verfolgen. Okay. Hat der die hier alle zerstört? Hier ist ja auch schon wieder nix. Also so, ganz gefällt mir das hier gerade nicht. Das ist ein bisschen sehr einfach nur laufen. Hinher, hinher, hinher. Ah, jetzt hat meine IT-Karte Stufe 2. Okay. Berechtigung zum Öffnen von Zugehänden der Stufe 2. Okay. Na komm, stirb. Wo kommen denn die jetzt alle her? Mann, lass mich da raus. Autsch. Komm, 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 komm. Äh. Der sah ein bisschen zermatscht aus. So, doch aufpassen. Wenn mich einer entdeckt, dann löse ich mehr Alarm aus als sonst irgendwas. Hm, okay. Gut, dann machen wir hier erstmal ein kleines Päuschen. Ich mach erstmal Schluss an der Stelle. Mal gucken in der nächsten Folge, wie es dann hier in der Festung weitergeht. Wenn's gefallen hat, denkt ans Däumchen. Und bis dahin, macht's gut.